Und vier, fünf, sieben. Eins, zwei, drei und vier, fünf, verbinden die Punkte. Vor, links, rück, rechts, fünf. Vor allem auch, wenn ihr am Tag im Büro sitzt, sowieso nicht wisst, wohin mit dem Kugelschreiber. Jetzt habt ihr eine sinnvolle Möglichkeit. Musik Musik Oh, miri Rani, Galson Jai Kavari, Karthaminta Teri, Terame Majnu.